ja hallo servus das da draußen hier ist wieder der unke seiner aufstart heute haben wir eine zweite folge heute mit minecraft und heute gehen wir mal ein bisschen auf höhen erforschen ja wir sind auf höhen erkundung genau wie man so schön dort so und ja ich hab's halt immer noch nicht hin was ist das denn ich hab's halt immer noch nicht hingekriegt ich hab jetzt die klage mal geguckt ich hab halt die klage mal geguckt warum das ist und so ich hab jetzt alle bots deaktiviert und ja keine ahnung so falls da vielleicht jemanden plan hat warum er die mods nicht lädt also ich habe fabric api ich habe fabric installer und eigentlich nur die journey map also als mod ja aber er näht die nicht und es ruckelt halt und alles auf der aktuellen version 1.19 und 3 ist das glaubst für die mini irre so weil ich noch was leute wenn euch das gefällt ja wie gesagt dass wir gerne ein abo da oder nike ja er wird der weiner sich die grünen kniebelstüber freuen ja und schick doch die video beschreibung aus weil ja ohne ich mache jetzt tik tok was weiß ich mache jetzt tik tok jeder winter paar ein paar rausgegattete sachen auf tik tok nicht wo wo dahin geht so und jetzt gucken wir mal hier heute dann heißt wir brauchen code da und fackel zu machen vorhanden wird ohne sonst geht damit der kohle nix wenn ich da so wenig hätte rausgefunden hat nein wie viel wir haben denn noch zwei früher das ist natürlich auch mal dankeschön an die ganzen anderen die kommentiert haben und halt auch wenn wir mal angeklickt haben vielen vielen dank der reiner vor sich über so wort auf jeden fall so wurde habe ich wieder ein bisschen zeit weil meine alte so wieder nie da da habe ich mir auch gedacht gut die ist wieder unterwegs ja shoppen in der stadt natürlich kannst du gerne machen ja da war nicht mit der dapop money so und ja ich weiß wie kommt jetzt erst mal wieder was ist das denn okay ich weiß wie kommt jetzt erst mal wieder und da dachte ich mir rein wir haben jetzt erst mal zeit zu zweit na also hier mein computer so ist ganz erst mal ein paar videos aufnehmen und genüsslich einige nutzen ja genau so sieht das aus was ist das denn da ist das lachen die titel auch nabler sie schätze mal da tut weh wenn ich daran komme so ja mein kraft ist so eine sache youtube ist voll mit minecraft videos und hat auch gute leute die minecraft screen ich habe mich da mal so ein bisschen angeguckt wer alles minecraft spielt wer alles minecraft und das sind ja schon wirklich sehr sehr viel wie gesagt und manche man merkt zudem unterschied manche spezialisieren sie so mir auf auf krasse sachen der beispielsweise ich brauche jetzt irgendwie keine ahnung das schloss von herr die putter die nennt sich doch mal wo ist der und geht daran zaubern darauf hing so ein schloss geht oder der in uns dort und sucht und genau so war note nach dann gibt es mehr so die kategorie tutorials glaube ich das sind dann mehr so die leute die helfen ein paar minecraft da war so mehr der sprang für mich und ja dann gibt noch eine andere sparte nötig die halt einfach spiel einfach spielen bauen die bis sie unterhalten mehr das ist aber ganz entspannt ok einer geht sie weiter so das ist auch mal ganz entspannt und sicher dann gehen wir jetzt mal woanders richtig gut richtig gut aber die letzte nicken was ist das denn kann ich tötchen kommt was ist das ein gefilter muss kann ich die gewitschern so ein bisschen sprechen kreier bleib doch mal stehen mensch der wieso ich dich denn treffen wenn du nicht stehen bleibst der reiner ist wie man das schnellste jetzt bleib doch mal stehen dankeschön dankeschön ne habe ich nichts für gekriegt schade gut hier ist wohl nix nein äh wollte ich von euch mal wissen wie steht ihr eigentlich dazu hier geht es schon wieder nichts weiter hier geht es schon wieder nichts weiter okay ja ein heißer höhen erforschen mit seiner ne oder dann heißt wir erforschen die würde irgendwo wird das schon weiter gehen und wenn ich dann sagen wir uns nicht äh insta wo sind ich will hier aufpassen insta die mir hier dransetzt aha guck mal hier das ist was ist eigentlich das die ganze zeit ist Paula die ganze zeit ab und weiß nicht was das ist was gut gut vor ach das ist gut fahr ja die das sieht ja aber gut vor sich doch eigentlich anders aus wenn ich meine ihre oder boah kohle 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 hätte ich auch gerne dann ihr habt den faden verloren ich wollte euch nicht was fragen aber ich hab den faden konkret von uns müssen wir mal vor dem nächsten video mal immer mal so also aufschreiben was ich von euch will ne so wird ich von euch will und und dein heutiges Thema ne weil kann ich jetzt auch hier was dran bauen boah ich hab hier den stein toll das funktioniert richtig gut so ja kohle kann man glaube ich nie genug haben so so kohle ist das jetzt dunkel oder sind wir immer noch in der gleichen Hölle oder was ist da ist auch nochmal ok ich würde jetzt einfach mal sagen wir haben uns jetzt einfach mal irgendwo hier ein bisschen weiter runter ne wo wurden die da gibt es ja auch noch hoch ja wie zu gewissens so 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 ich darf hier wieder rauskommen ne das wollen wir auch nicht ja schon kommt der weiner müssen wir weiter aber wenn der está so w du ich gehört hier dies hier also letztens genau jetzt weise wieder jeder kennt oder zu wesenst die leute den auto haben gewesen dort so jeder muss mit dem auto zum tüv manche ist manche erst drei jahre das ist daran dass sie den nullwagen haben und andere alle zwei jahre das ist da was ich keine ahnung muss man eben jahres lang auch schon auch schon alle zwei jahre zum tüvon hat man dann noch so geht das weiß nicht auf jeden fall ist es beim tüv so frei brauchst du wie eine neue pakette der mittel mit der karte jahre gibt dann sowas alles denkst du das auto ab manche machen ab ja auch über über eine werkstatt die lassen sich in der werkstatt am termin geben und waren dann gleich haupt und die nennt sich das abgas untersuchen in dem einen wenn die kinder dann ab und wenn er dann wieder und dann haben sie den schaketchen da direkt schon drauf ne der komische fieselstück da hinten am nummernschild so ich mach das aber immer so ich setze mich in mein auto und fahr direkt zum tüv da kommt man dann kommt der den dicken sinne ja ja und sie kommt sich dann ein auto an und was ich auch immer wieder gut finde ist du kaufst dir ein auto was sag ich mal verhofft mutter hat ja und was schön dann blubber ist ne also ich mag das ja wenn das ist so hier so keine ahnung also hier so die die tonne wie so ein lombo hat oder so ne so da kann man ihn nicht mag dafür die tiefer blubbern und erlaubnis blubbern ja so dann sagt der tüv das ist so nicht erlaubt dann guckst du ja wieder wenn sie mich verarschen das kommt so von mercedes das kommt so vom werk sein guck mit der hand sehe ich so aus als will ich ja mein auto schrauben da sagt er nein das verstehen wir aber das dürfen wir so das darf so nicht auf das kasselverkehr also du darfst dann so nicht fallen ja warum denn das denn da macht der terror er macht der terror weil das auspüffchen zwei dezibel zu laut ist muss man einfach nur denken weißt du was unser nachbar junger ja jeden morgen wenn der um sechs so aufsteht die hatten digga und auf sein dämliche verkackten rona steigt und das ding an macht ja die ja da vibriere ich im bett da stehe ich wie ein einzig bett wenn das ihn angeht ja das ist erlaubt ja aber so ein schönes kleines bücherchen ja das ist das ist laut das ist nicht erlaubt ja jeder verschießen wird verkackte dicks oder ja weg die komplette straße auf aber wenn du morgens der hohe an machst und damit ganz genüsslich und natürlich vorschussmäßig durch die stadt fährst das darfst du nicht weil er den zwei dezibel zu laut ist er die haben kommen würde mir besser mein früher früher konnte ja noch in der markt in der tafel stecken und da hat er gesagt so ach ich hab mich verlesen ne so das ist ja gar jungen hat zwei das waren ja nur 90 ne die pass schon ne so aber heute tage kannst du alles nicht mehr machen das ist ja heute tage niggi hatte alles ganz ganz ernst ne so der wappabstand ist ein meter zu weit htg komplett auseinander nehmen alles neu machen das können wir so leider nicht auf den straßenverkehr zu lassen weil ich weiß was ich meine so okay was ist das denn oh das kann ich doch ganz abholen was ist das hier ja wie steht ihr denn dazu zu die manche eine oder andere wird natürlich auch sagen so pass auf manche über treiben abhause maßlos natürlich über treiben sie manche auf maßlos will jetzt auch gar nicht das haben sie hier ist das ding kaputt was ist das denn was ist das denn reißt du mir ja war sind das aber was ein zubi ich habe noch ein zubi warum das sind das für zubis boah an die die kommt weil er die auch mit beginn machen scheiße die träffte mich ich habe irgendwie so dass das gefühl als müsste ich mich irgendwie upgraden so ich weiß dann ich weiß ja jetzt nicht also ich brauche bestimmt eine spitzschacke aus eisen aber hier ist eisen nicht verarbeitet man den eisen wie verarbeitet man heißt ja ja keine ahnung von du pass auf wir machen was ist das also das ist jetzt hier hin und dann ein ofen gibt es nicht schmälzofen Tatsache rufen hab ich sehr sehr gut. Einer hat es wieder hingekriegt. Komm mal her. So. Und jetzt? Das Eisen? Ja. Und dann? Ah ja, Brennmaterial. Ah, das funktioniert. Das ist ja gut. Gut, dann müssen wir uns doch mal ein bisschen Stein holen. So. Das hat ja gut funktioniert. So. Ach, da haben wir noch wieder. Tja, gut. Dann. Oh, wie ist das hier? Eisen, da hinten ist auch Eisen. Ich glaube, ich fahre. Die Seite auch ist nicht. Ich glaube, ich fahre mit dem Eisen. Das haben die echt schön gemacht. So ein Viecher, wie die gerade weg ist. Irgendwo. So. Also eure Meinung dazu ist Gobi auch mal ein bisschen, äh, will ich ja gerne auch mal wissen. So, wie hier dazu steht. Natürlich hier ist sowas geil, ne? Bestimmt gibt es auch sehr, sehr viele, die sich dieses Heide weiter voll angegriffen fühlen. Das nen Schein, ne, ne. Nicht angegriffen. Angegriffen ist das verkehrte Wort. Ich meine Störenfühlen. So. Angegriffen. Ne, ne, angegriffen. So. Mein Verlangen. So. Mein Verlangen. Und weit sind das jetzt hier? Oh, ich habe aber Wunder. Oh, ich müsste mir was essen machen, ne? Hab ich denn, mir war was zu essen? Ja, ich kann nur sparen, hier. Wunderte vielleicht. Hm. Ja, das ist. Das ist natürlich. Ja, gut. Wir lassen das aus, und dann. Oh. So. 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 Then. Seite. Nach demanden. Okay, jetzt. okay man kriegt also essen man kriegt also essen wie ja nicht essen man kriegt leben wieder voll wenn man ist okay gut dann weiß der leider auf jeden fall schon mal bescheid er verliert aber ganz schnell nicht ganz schön schnell essen das glaube wir bleiben erst mal ein weichen hier und mir jetzt erstmal jetzt zwei schinken als vorwart oder drei so netzler wie erstmal das eisen weiter durchblenden hier weil wir wollen uns erst erst die aus ist passiert probiere ich das lösen links hier durch gefahren kaut so her kann ich doch kann ich da nichts vorwärts nie warum geht das denn nicht also ich möchte jetzt eine eisenspitze da heißt ich nehme jetzt reisen okay gut ein eisenschwerppau ne zu viel eisen im blut ja die die wenn du viel eisen im blut hast weg das ist haulich glück so ach so nie hier ich will nämlich schon jetzt aber jetzt können wir uns glaube ich ein schönes schwertchen machen jetzt haben wir auf jeden fall schon mal ein eisen was mache ich denn jetzt mit den sachen die ich nicht mehr brauche kann ich dir hier einfach irgendwie keine ahnung kann mich jetzt irgendwie so jetzt nehme ich das schon wieder auf mein gott das habe ich das schon wieder aufgenutzt wie werfe ich denn sachen weg dass die auch für immer weg bleiben kann ich die verbrennen da muss ich halt gucken dass ich dann hier mal angebot pausenden aufgen ist da geht der schalzpaus nicht was ist das denn Leuchtbeerlepport. Ah. So. Tonknupel. Aha. Da mein Inventar ist aber schon ganz schön voll, ne? So. Wie denn gerade hergekommen? Die Kartelepport ist wieder ab. Komm mal her. So, dann kommen wir hier. Gut. Und jetzt gehen wir mal weiter und gucken nochmal ein bisschen, was wir hier so finden, nicht? Wie kann ich hier nix von machen? Warum kann ich keine Fokke haben, lol? Hallo. Okay. Keine Ordnung, bitte. So. Also, das ist ziemlich interessant. Minecraft. Ja. Also, es ist ein sehr, sehr großes Spiel anscheinend. Mann, und was ist das? Was ist denn das? Wutte? Oh, nee, Diggi. Da ist schon wieder einer, der mich abschießen will. Oh, nee. Nee. Aha, jetzt habe ich Gold. Was ist das denn? Eine viereckige Tranne. Oh, shit, so ein Dingsbord. Nee, nee, nee. Guck mal, hier ist Eisen. Verstehe ich jetzt nicht. So, ich glaube, was kann man sich hier auch machen, nee? So. So. Ja, das ist gut. So, helfen wir mal, nee? Nee, weil, gleich kommt die Öl aus der Stadt. Und dann, so ist die Nummer, ach, nee. Ein bisschen was. Erste vorbeweiten. Kapol, ja. Die geht auf die Tollkampf. Die haben ein bisschen was gegessen. So ist das nicht, und ich glaube, hier ist gleich noch eine Flasche für Siebbrot und dann passt das schon. Dann passt das schon. So. Da gut, Leute. Ich würde dann sagen, wir waren jemanden Katz für heute, mit der Höhenerforschung. Nee? Schreibt gerne mal in den Kommentaren, wie jeder alles so sieht. Nee? Ähm, mit den ganzen, mit den ganzen, äh, ja. Ich sag mal, zehn biösen Sachen, ne, von Gesetzen, wo man sich einfach nur denkt, Digga, ich sag jetzt dein Ernst? Ja? Da gibt's ja einige Folgen. Ansonsten, Leute, bleibt brav und immer dran denken, nee, ich mach die Hände über die Bette gelassen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Uwe Weiner. Ciao.